Er sagt, selbst wenn ein Mann kommt von Messer oder kommt von Muzar oder kommt von Jemen, seine Botschaft für sein Volk gegen unseren Propheten Mohammed, pass auf von dem Jungen von Quraish, dass er dich verführt wird zum Irrigen oder er wird ein Grund von deiner Versuchung. Das bedeutet, die Leute, sie sehen Mohammed, alles ein Fitner. Sie sagen, er spaltet zwischen einem Mann und seiner Frau. Er ist gekommen nur mit Übel, nicht mit einer Botschaft. Alle Leute reden so. Selbst wenn der Prophet zwischen den Männern ist, sie zeigen mit seinen Fingern den Propheten Mohammed, selbst eine alte Frau einmal, der Prophet möchte sie helfen. Niemand hilft ihr. Selbst der Prophet ist für sie gekommen und hat die Frau geholfen. Dann hat sie ihm gesagt, guck mal, mein Sohn, ich gebe dir einen Ratschlag. Der Prophet sagt, bitte schön, sag mal. Sie hat ihm gesagt, guck mal, mein Sohn, es gibt einen Mann, der heißt Mohammed. Pass auf, er führt dich zum falschen Weg. Und der Prophet selber hat ihr geholfen. Das bedeutet, sie haben alle weggefunden und gefolgen, um seine Botschaft zu vernichten. Sie sagen, hüten sie sich vor dem Junge von Quraysh. Gehen der Propheten.